Schließt euch, das ist die Bremen, die Liga von Schliersee Magazin. Ich habe jetzt am Hans die frischen Stritzel unter die Nasenkrecken und ich zeige euch jetzt heute, wie man die bacher tut. Die Schliersee, Stritzel sind ganz besondere Stritzel, das ist das Rezept von unserer Oma. Und wir machen das gern so weiter und mhm, das schmeckt ganz gut. Jetzt sind wir beim Dorfkneten, hat natürlich eine super tolle Maschine. Ich knete den Dorf acht Minuten, damit die Frühluft reinkommt, damit die Stritzel dann auch schön aufgehen. So, jetzt werden sie den Butterschmalz rausbachen. Jetzt reihe ich die ganzen noch mal um. Mh, das schaut gut aus. Das schaut richtig gut aus. Das sind die Stritzel, die typischen Schliersee-Stritzel. Die besten von der Schliersee-Oma. Ah, ist das eine Pracht. Frühschaberbacher von der Hennera-Wirtin mit einem guten Butterschmalz. Mmmmm. Mmmmm. Untertitelung des ZDF, 2020